Ich habe es vor einer Stunde etwa bemerkt, der Kanal von Kai Orak ist weg. Gelöscht, beziehungsweise das Konto gekündigt, wegen eines angeblichen Verstoßes gegen Identitätsdiebstahl. Und kaum hatte er seine 10.000 Abonnenten gefeiert, dann war er auch schon weg. Und ich weiß nicht, wo es genau war, im letzten Video über die Wahl oder im letzten Kai-Tag am Freitag, da hatte jedenfalls ein Kommentator ihn gewarnt und gesagt, Kai, pass auf, ab 10.000 Abonnenten bist du zum Abschluss freigegeben. Und so scheint es wohl auch zu sein, leider. Und ich möchte jetzt hier seine Abonnenten und andere lediglich daran erinnern, dass Kai seinen Kai-Tag am Freitag immer auch bei Bitchgut hochlädt, zuerst sogar bei Bitchgut hochlädt, und dass jeder, beziehungsweise ich möchte jeden dazu animieren, am kommenden Freitag nachzuschauen, ob es mit Kai-Tag am Freitag zumindest vorübergehend bei Bitchgut weitergeht. Und ich bitte ihn da, einfach zumindest durch Zusehen zu unterstützen. Danke. Ciao.